Das Wifi bietet Bildung nach Maß. Sie möchten Ihre Mitarbeiter auf den neuesten Stand bringen? Dann sind Sie bei der Wifi-Personal- und Unternehmensentwicklung genau richtig. Das Wifi bietet speziell auf Unternehmen abgestimmte praxisorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme. Wir begleiten Ihr Unternehmen bei der Umsetzung Ihrer Unternehmensziele, insbesondere im Personalbereich. Und das gewährleisten wir durch unsere praxisorientierte Ausbildung. Denn unsere Trainer kommen aus der Praxis, unterrichten die Praxis und stehen für die Praxis im Unterricht. Und das gewährleisten wir in 32.000 Kursen pro Jahr, wo wir 360.000 Personen praxisnah mit höchster Qualität ausbilden können. Und dadurch garantieren wir Ihnen Ihren größten Erfolg in der Umsetzung Ihrer Unternehmensziele. Das Wifi orientiert sich direkt an den jeweiligen Bedürfnissen des Unternehmens und dessen Niederlassungen im Ausland. Der Mehrwert ist ein Ansprechpartner und die einheitlich hohe Qualität. Für Sandra Reiner, Human Resources Managerin des Transportunternehmens Transped, ist das der ausschlaggebende Grund, auf die maßgeschneiderten Lösungen des Wifi zu setzen. Wir haben uns dazu entschieden, das innerbetrieblich zu machen und nicht über externe Seminare zu gestalten, weil dort direkt auf unsere Bedürfnisse eingegangen werden kann. Das Wifi kommt auch immer in Vorgesprächen schon auf uns zu und bittet uns eben unsere Bedürfnisse klarzulegen, darzulegen und gibt es dann auch dementsprechend an die Trainer weiter. Die Trainerauswahl beinhaltet dann eben mehrere Trainer, wo wir dann sagen können, ist der Trainer für uns geeignet oder besser der Trainer für uns geeignet. Und das erleichtert den Prozess der Trainerauswahl für uns im Allgemeinen und natürlich dann auch die Abstimmung auf unsere Bedürfnisse nimmt das Wifi zu 100 Prozent wahr. Das Wifi verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bildungsbereich und über den größten Trainerpool. Für jede Aufgabenstellung wird der passende Spezialist ausgewählt. Die Trainer der Wifis in den mittel- und südosteuropäischen Ländern sprechen die jeweilige Landessprache und kennen die kulturellen Landesspezifika. Die Trainer und Schulungsinhalte sind aus der betrieblichen Praxis für die betriebliche Praxis und perfekt auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt. Ein Vorteil der Wifi-Trainings ist die Umsetzung direkt vor Ort. Das zeigt beispielhaft die Firmeninterne Schulung zur Ausbildung zum Staplerführer bei der Firma Leitner. Der Wifi-Trainer Christian Silli schult die Mitarbeiter direkt im Unternehmen an den firmeneigenen Geräten. Der Vorteil ist der, dass wir eben vor Ort die Prüfung machen können. Das heißt der praktische Teil ist ganz speziell zugespitzt auf den Betrieb. Also wir können durch die Firmeninternen Veranstaltungen maßgeschneiderte Kurse bauen, die wir sozusagen auf die örtlichen Gegebenheiten zuschneiden. Das Wifi bietet eine große Themenvielfalt und auch die Kombination verschiedener Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel technische und betriebswirtschaftliche Inhalte. So kann mit einem Ausbildungspartner der gesamte Aus- und Weiterbildungsbedarf eines Unternehmens abgedeckt werden. Das schätzt auch Thomas Welser von Welser Profile. Ich glaube der wesentliche Vorteil bei dieser Zusammenarbeit ist dieses individuelle Zuschneiden, dieses zielgerichtete Vorgehen, dieses Reagieren auf unterschiedliche Bedarfe. Wir können heute wirklich Ausbildungsbereiche für unsere Facharbeiter genauso realisieren, wie Ausbildungsbereiche für unser Management. Und wir haben einen Anbieter, wo wir wirklich in den unterschiedlichen Bereichen wählen können. Die Wifi-Firmenlösungen zeichnen sich durch große Flexibilität aus. Die Zeit, der Ort und die Inhalte werden flexibel an die Unternehmensabläufe angepasst. Von Einzeltrainings bis zu langjähriger Begleitung von umfangreichen Entwicklungsprogrammen. Mit dem Wifi haben Unternehmen einen Partner, der alles umsetzen kann. Katharina Meier, Leiterin der Human Resources Abteilung Österreich der Firma Leitner, setzt bei der Weiterbildung auf das Wifi. Also unser Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren mit dem Wifi zusammen. Früher waren es vielleicht mehr individuelle Kurse für einzelne Mitarbeiter. Und aufgrund der Zufriedenheit, die wir da festgestellt haben, haben wir die Zusammenarbeit mit unserem Wachstum einfach auch intensiviert und können mittlerweile größere Veranstaltungen auch Gruppenkurse hier am Standort organisieren. Durch langjährige und umfassende Erfahrung in der Umsetzung beruflicher Aus- und Weiterbildungen für namhafte Unternehmen aller Branchen und Größen im In- und Ausland haben die Wifi-Trainings den höchsten internationalen Qualitätsstandard. Deshalb wird das Wifi von den Unternehmen, die das Angebot im Inland bereits nutzen, gerne auch an die Niederlassungen im Ausland weiterempfohlen. Das Wifi hat zum Beispiel mit SPAR in sechs verschiedenen Ländern, darunter auf Ungarn, ein Train-the-Trainer-Programm durchgeführt. Das Ziel eines Train-the-Trainer-Programms ist es, die Trainer so auszubilden, dass sie in der Lage sind wiederum ihren Mitarbeitern das Wissen kompetent weiterzugeben. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie professionell ein Training aufbauen können, wie ich die Teilnehmer zu Beginn abhole, wie kann ich lernen leicht machen, wie kann ich lernen spannend machen, wie kann ich Inhalt das so vermitteln, dass sie dann auch in der Praxis relevant umgesetzt werden. Ich bin sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr gut aus dem Zusammenhang. Ich kann sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut und glücklich ist. Ich denke, dass es sehr wenig ein Künstler, mit denen wir so gut arbeiten können, mit denen wir so gut arbeiten können, mit denen wir so gut arbeiten können, dass wir so wichtig sind, dass wir so wichtig sind, die Künstlerinnen und die Erwartungen haben. Der Erfolg zeigt sich auch anhand der Statistiken. Allein im vergangenen Jahr hat das Wifi mit den Betrieben in Österreich und in den mittel- und südosteuropäischen Regionen über 4.500 maßgeschneiderte Trainings mit insgesamt 45.000 Teilnehmern durchgeführt. Die gefragtesten Themen waren Management, EDV sowie Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung. Setzen auch Sie auf maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Personalentwicklung und nutzen Sie das firmenspezifische Angebot des Wifi. Ihr Partner für nachhaltige Entwicklung. Informieren Sie sich noch heute auf www.wifi.at www.wifi.eu Bis zum nächsten Mal.